ja und warum mein name ist an die wolpe und ich begrüße euch zurück zu let's play kriegen nummer 3 muss noch kurz mal wie kurie richten und dann kann man weitermachen habe ich auf screen irgendwas gemacht ich weiß es eigentlich nicht ich glaube nicht aber erst mal gucken um die von hier ich glaube nicht okay dann würde ich sagen wir gehen jetzt mal zur eclipse und guck mal was war da noch alles hier finden können ich habe extra ein gummijet gebaut was hoffentlich diese kristalle was auf jeden fall die kristall kaputt machen kann weil ich habe es gerade ausprobiert und ja wo ich da teilweise an ist das disney omega x und ja damit habe ich mal probiert ein ding kaputt zu hauen ein kristall und hat geklappt also nehmen wir das waren übrigens auch versucht dieses eine ding im nebelfluss zu erledigen aber ja ich mache dem ding gar keinen schaden kann ein bisschen die angriffe aushalten so zwei drei angriffe aber ich mache gar keinen schaden also da muss ich mir noch einfach lassen so okay der ist noch nicht weg ich habe den abgeschossen und bin direkt zur weltkarte gegangen also habe ich das noch nicht aufgesammelt anscheinend und ja guck mal schnell also ja man sieht ich bin stufe 99 mit meinem gummijet und hoffentlich finden wir einige gummi steine die uns weil sie nicht das leben ein bisschen einfacher machen oder so weil ja gar kein schaden geht irgendwie nicht weiß nicht wie ich das schon wieder wieder schon wieder geht aber ja ich habe keinen einzigen laser glaube ich ja ich kann nur gerade ausschließen aber das ist in ordnung weil ich will ja nur kunden eigentlich wenn ich irgendwie die diese zufallsbegegnungen hier nicht auf a kriege dann ist das halt so habe ich habe die nur gefunden dann kann ich die ausgehen nachholen oder so und ja letzten folge waren wir übrigens im schlüssel schwert friedhof und ja wir sind nämlich waren sehr nah am ende also man hat erstmal noch ein bisschen mehr auf sparen aber da die story fortsetzen beenden und ja ich muss auf die karte gucken um zu gucken wo die ganzen dinger hier sind die die kristalle die pinken jetzt irgendwo ein aber das war ein blauer das ist eine ding was beim hebel fluss gefunden haben oder ist ein pinker kriege ich aber auch echt überhaupt nicht dauern also ich krieg da vielleicht daumen etwas glück und ausdauer aber irgendwie jeder dritte schlag macht mich fertig ich habe gerade ich habe die heilfähigkeit ausgerüstet verdammt wollte ich gar nicht habe ich ausprobiert bei dem ding hat mich so also ich habe schon auf jeden fall geholfen aber also nicht ich brauche mehr schaden so geht halt nicht durch mich irgendwann noch mal hinsetzen ein anderes kommuniziert bauen aber erstmal will ich hier die kristalle alle finden und so konstellation was ich vielleicht kriege ich irgendwie gummisteine die sache ein bisschen einfacher machen und mir fehlen nämlich noch ganz viele ich habe euch feier von dem kreis der zeit ich habe nur so viele fragezeichen hier aber mein gummistein also da müssen noch ganz schön viele freigeschaltet werden ja noch nicht irgendwie die besten waffen und so von allen ich bin die blitzgummi und so ist der beste was ich kriegen kann mit ruiden sachen und so habe ich noch gar nicht also noch viel freigespielt werden und ich hoffe hat kriegen weil es hier wenn wir hier die erzlosen platt knüppeln bei erster linie will ich jetzt erst mal kristall jetzt anwenden deswegen habe ich das ding gebaut einfach nur mit der zier schnell die kaputt haut und man hat ja gesehen wie schnell es geht also schon krass ich habe das ding hat auch mehr feuerkraft als die anderen als andere und ja wird da da waren es ja super als echt doof hier wo man da eben ich kann mich nicht so gut wenden das kacke nein geht da nicht rein wo von unten hier irgendwo ne pass auf da war ja nur einmal kurz angezeigt naja kommen doch direkt hier bin direkt davor wenn wir ab machen da ist doof so daraus ja ich glaube weil sie nicht ja so viel zu erkunden hier ist gut das war während hier lieber so ein weitläufigeres gebiet wenn es geht ja ich muss schon sagen haben aber so ein ding hier direkt neben sohn so nebel fluss vielleicht mal da hat wenn ich nicht die dinge kaputt ist leider aber nicht so gut wegen massen gegen massen kämpfe das ding ich krieg bestimmt nicht oder so da hallo hey da raus so viel haben wir jetzt die elfte so ungefähr und die wir haben auch keinem einsammeln weil maximale wurde erreicht aber trotzdem ich erwarte nicht einfach vorbeifahren irgendwann nicht aber ist hier kann ich irgendwo aus noch keiner singt hat so getroffen dann habe ich noch nicht hingefahren geflogen dann kann ich gerade sogar kaputt machen folge da brauche ich nicht wirklich ich war einfach alles kaputt aber hier schon sieht auch irgendwie bekannt aus kristall sehe ich denke ich mal auf karte können wir irgendwo da draußen gehen ich habe mich hier sowas von keine ahnung wo ich bin wo ich hin muss aber nicht so schnell man da ist außen einig ging nach den kämpfen gegen das ding habe ich gekämpft um mich hoch zu lernen und ja guck mal hier ist noch ein paar von denen kaputt machen weil da kriegen wir damals habe ich übrigens auch ein bisschen gefahren auf screen real kommt geil heute meine hier alles wo ich soll vielleicht mal auf karten ob er meine idee da ist zum beispiel ein kristall irgendwo pink blau bezeugen damit das schatz wäre gerne die könnte ich vielleicht mal aufsuchen wir sind bestimmt geile sachen drin seine konstellation ein ich glaube dass eine konstellation oder plötzlich so aus als wäre eine konstellation wahrscheinlich war oder wird es sehr verwirrend machen für mich ja danke blauer kristall verraschend wenig herzlose hier aber ich glaube hier ist allgemein noch nicht so viel zum entdecken eigentlich ganz schnell erledigen ob sie erwartet nicht noch irgendwie im boss der noch stärker ist als der im nebelfluss weil da hätte ich jetzt ungern wenn es ja noch ein boss kommt der noch stärker ist dann immer ja probleme da sind viele kristalle da lassen elektron kohl das sieht man so ein bisschen auch und vielleicht kann ich dann so konstellationen gesehen jeder hat zum beispiel wir sind ja blau und das ist sehr gut da habe ich die anderen konzern sind auch einfach gefunden ich bin einfach nach oben geflogen auch einfach so geguckt und dann ja von einfach eigentlich na los kann manchmal links einsetzen meinen meine drei fähigkeit und da ist noch einer was das bismarck gummi mission abgeschlossen dann ist irgendwo einer glaube ich drin sind ja wohl keine konstellationen also da unten drunter geht es auch noch sachen da ist ein checkpoint und ich alles nur sammeln also er fühlt sich an als wäre ich irgendwie unter sohn oder sohn stern zerstörer von star aus auch ganz viele geschütze noch unten wohnen sind irgendwo da drin ist ein kristall dreck als ein blauer kristall wird das gehört neon kette gummi wo kam ich jetzt soll es mich herumgefahren nee ich dachte jetzt eine dinge werden so fest aber hier los kommen wir ja auch keine erfahrungspunkte aber ich muss erreichen wollte ich wahrscheinlich nicht kriege weil ich nur nach vorne schießen kann jetzt seid ihr denn ja mittel lange dauern ja ich muss mein anderes kombiniert hier benutzen ich meine ich habe alles hier mit einem schlag weg aber dauert zu lange kriegt alle in der mitte wurde die fliegen nicht alle so in der mitte sollte vielleicht warten ja vielleicht soll ich mal mit den gummi schiff wir versuchen hat den kaputzen schon mit dem alten noch versucht ein bisschen abgedeckt wurde aber das hier scheint glaube ich ein bisschen stärker zu sein ok guter du kommst ich habe nur die erledigen irgendwann die punkte zu tun ob man a oder so kriegt ich habe jetzt schon wer so hat sie gut aus das ist doch nichts auch keine aufgleichs um rechts und rechts auch schon tot dinge hat aber auch immens viel feuer kraft glaube ich also vielleicht gehen die deswegen geschnecke oder auch gern so meine mini jets und die lasers da kommt von ich habe schon seit ewigkeiten wehne aber gut danke ich darf nicht noch mal machen also hat wichtigste für mich dass ich hat mich noch mal machen muss sein counten 11 sandmaterial und am liebsten sticker die schreibt fahrzeug ok gott da kommt irgendwann dick ist noch raus so eine also auf hat er irgendein boss oder so wahrscheinlich kometi das war ich gut laser in die maniere naja wie sieht es mir aus 1 2 3 4 5 6 ok da war fünf sterne ok hat hier sind so dicke stern ich glaube das sind poste dreck da ist glaube ich die festung da sind diese drei dinge ich glaube dass das die festung also mal da oben entlang fliegen zu ende weg auch gar keinen schaden bekommen aber fliegt doch war weil die müssen mich natürlich die ganze treffen noch heilung was machst du jetzt dahinter sauer schon auf mich abgesehen ehrlich sehe ich von ihr da hat über dem schlüsselschwert friedhof wir haben ich nachts ja mal sehen sie war sie hat sie vorwärts ich bin definitiv von der falschen perspektive irgendwo ja wie sie von der seite und arbeit sie da von unten da von unten wie soll ich das machen und raus den kenne ich noch mal einige von denen und aus beobachter die eine fehlt mir noch eine konstellation gerne die schatzsphäre muss die schatz sphäre die bisher alle verpasst muss noch ein wort und sein voll langsam fliegen wir eigentlich technik bonus 2 hallo habe ich die konzentration ab schon abgeknipst hallo da bist du heißen pinks dingen und monstert erstmal nehme an ich war dann ja noch nicht so tatsächlich hat ja wohl alles gesehen oder so fangspunkte kriegen wir zwar von dem ding aber brauchen wir nicht wir wollen die schätze gott ja da habe ich verpasst kriegt dann noch mal eine chance naja noch nie irgendwie so vermasselt oder weniger empfehlt mir irgendwas also ich muss ja alles in einem durchgang schaffen das mal den ja unten wahrscheinlich abschließen da hast du komm her ja geblieben jetzt können wir aber hier gewesen so warum brauche ich nicht mit gummi ist auch viele blitz gummis was gar aber ich soll sind alles waffen ist eine meteo gummi und rohmisch jetzt irgendwas damals 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 und adamant ich glaube da habe ich fotografiert ja oder sie hat zu konzentration die wird ja wohl nicht irgendwo da drin sein das war ja wohl mit kinder doch gar nicht und es war wohl da rein manchmal unter dem fliegen unter dem ding ja nicht gerade ja klar und da ist glaube ich jetzt okay sie hat eine konstellation muss abknipsen siehst du nennen ich bin hier für schatz wählen gibt es hier zwei oder drei da bin ich jetzt schon wieder zu der einen zurückgeflogen nähe da komme er du bist ein omega omega sterben ok ich meine wir gehen da rein das ist ja alle ja draußen einsammeln sonst aber das wäre oder ist auch ein kristall mit dem blauen loge sehen ja komm herr du okay damit konnte ich nicht abschießen kaputt haben die die extra eingestellt damit ich verwirrt wäre war schon fast geil ja einfach passt gemein da habe ich auch nicht geschafft aus der face schließlich steinen schon ab ja weiß wo die echten sind naja dafür sind sie da einfach zum verbinden da kommt wenn ich dem sie gern mega man ja mehr nichts vor jetzt eine virtuelle welt level cyber peacock war ja glaube ich nicht na gewinnt kommis machen wir wenn wir kriegen auch real kommen und so dass auch und da fäden uns hier noch glaubt bauplan fragmente 12 12 2 und wir brauchen noch eine schatz wäre nämlich an na wo ist er ist ja mal wer bist du denn du musst ja so ein hei für eine terror oder in sowas kommt noch nicht mal platt jeder macht voll viel schaden kamin heirat der kamin ist auch eine farbe oder alt hat der vier aber der ist nicht so stark wie der andere also ich habe mich einfach mal ein paar mal man war euch die eine fähigkeit nicht ausgerüstet oder gar nicht das ding benutzt schon habe ich keinen einzigen laser zu haben aber ich kann mich heilen das auch gut dann können wir auf jeden fall da und er zwar sehr viel mehr hp aber da war es auch schon eigentlich ich denkt hat trifft mich doch nicht mal damit weil ich mal soll ich mal mit den gummi schiff das versuchen problem ist das langsamer und ich muss sehr schnell genug sein und wie die sich diesen wirbel sturm zu gehen mit dem ging nicht ich wollte finde also ja das würde ich biker einsetzen auf mich ich habe noch gar nicht dran ist egal das ding ist tot und das heißt da passiert kampf gegen kaminhai diamantmaterial kraftfeld auch schöne farben also zwei hier rein ja ok da wo war ich denn jetzt noch nicht da ist jetzt die frage wenn man versucht mich die ganze zeit abzuschließen kannst du sagen ich weiß du was hat nicht aber trotzdem vielleicht sagen wir fliegen noch mal eine reine weil da wir draußen ist nichts mehr außer da ist irgendwie da ist ein pinker kristall gerade kaum will ich was sagen genau das gegenteil hat hier eintritt da ist neben neben auch noch ein pinker und bei der letzte glaube ich habe ich nicht blauer war damit nur einen von diesen dingen wir machen diese eine pyramide noch mal platt damit hat von der karte weg geht und mich nicht die ganze zeit verwirrt so wie diese kristalle die hoffentlich nicht wie spawnen solange ich einmal in diesem gebiet drin bin nie rausgegangen bin das war meine pyramide platz oder zwei anderes wenn man hier seit die dinger die ich gerade erlegt habe ja ich brauche vier ok ihr werdet dann immer wieder neu auftauchen und mich verwirren geil finde ich nicht gut adamant cool bietet es halt cool ob er mit rückstall die näher nicht kaputt sind ausgedehnte seminars klingen ätherische klicken vielleicht die pyramide ist immer kaputt man damit die nicht ihren zeit hier auf der karte ist denkt hat schon alles kaputt ja ich weiß auch wenn wir die dinger funktionieren einfach in der jungen kaputt man das ganze dinge damit hier abschließend ist nur die dinge an der seite kaputt hauen hey perfekt da denke ich würde nur bereich kommen dann habe ich mal erreicht da irgendwo noch ein eingang ich verwende meinen linken fuß hat irgendwo da drinnen so ein schatz wäre und ein ding ist ein bauplan fragment und dann ist jetzt da war ich dann ich kann habe ich gar nicht nachguckt aber hier war ich schon mal und die dinger sind schon wieder wie sport mehr alter sind vier sterne habe ich noch nicht die habe ich noch nicht muss ich erledigen kommen nicht irgendwo hier reinfliegen ich weiß es nicht so da ist ja so schnell er ist ja schneller erlegt sein als fünf sterne dinge weil da habe ich auch bekommen so wenn man nach der logik gehen die liga erscheint irgendwie gute punkte zu geben wenn ich die erledige kommt irgendwie in rang dazu wie diese bienen aus fußwelt hier ich gas habe ein schönes memories pink ja danke war noch sein und ich kriege ja ich habe da einfach nur was mit punkte zu tun ja daran ja die geben so 20.000 200.000 200.000 da bleibt mal hier genau tschüss läuft läuft alles bisher zu k auto zu k auto hier auf der linken seite ist noch nicht alles klar ich kann denn nirgendwo ein oder weil sie ja schon wieder kristalle da habe ich doch gerade nachgeguckt das muss da irgendwo sein da muss noch irgendwo einer sein normal von unten sieht es aus da sind zwei kristalle kommt schon einer von dem musik sein da war ich schon und der kristall immer mehr lassen blauer aber da immer da drin ist das habe ich noch nicht erledigt kommen da sind die gerade erst gespawnt glaube ich nicht ich bin so schön einfach nur da war bist du du bist diese eine der von monstropolis war immer kommen ich kriege auch ich habe jetzt schon leicht erreicht okay ich soll vielleicht ein bisschen mehr ausweichen dabei eine idee ne ich mal irgendwie ah gott so jetzt kommen gut machen wir ausweichen irgendwie höhere priorität jetzt wenn ich ein paar laser hätte ich kann mich nicht erinnern und ich den seine einzelteile kaputt machen konnte aber mal du hast mein glitzern weg gemacht da denke ich jetzt einfach so ich kann den seine dinger kaputt machen gut da denke ich jetzt einfach weg darf mich überhaupt nicht ich bewege mich überhaupt heilung habe schon also und besser wird gegen den überkrieg da war es jetzt da und sagen wir dass die belohne und kein gegner als übten muss pass auf okay das ist bestimmt super stark sonst müsste man ja reinfliegen hat mal ich kann mich dort teleportieren oder soll ich hier wie habe ich da noch nicht ich meine ich glaube das direkt vor dem der pyramide keine musik was habe ich gemacht aber wie sind wir sie weggegangen ist doch das gleiche gebiet ja hallo da sind die ganzen gegner wahrscheinlich wieder gespawnt ich habe ich noch ein blau bauplan fragment finden und die blöde schatz wäre der gegner habe ich alles ausgezeichnet ja außer den letzten hier habe ich das schon eigentlich war hier rein irgendwo muss ich ja was verpasst haben also ich eine schatz wäre irgendwo aber ich weiß nicht ob jetzt wieder draußen oder drinnen ist jetzt manchmal hat man ja die kamera auch drehen kann das heißt so langsam halt da bin ich aber schon ja doch schon aus dem weg auf der letzte bauplan von mit will ich noch finden das ist jetzt wieder nicht warm und jetzt wieder so lange suchen wird ein teil jetzt muss die dinger kaputt machen überhaupt nicht kaputt man in die mittleren dinge kaputt wie die erst anfangen sich zu drehen sobald ich reinkommen neu auf den armen nehmen da ist da aber jetzt und dingen der warte mal ist amfang gott verdammt da machen wir wissen dass hier jetzt mal wieder ganz am anfang aha dann gehen wir mal nach links sieht so aus als wäre ich noch nicht gewesen wir hier noch überall punkte und so sind geld und was weiß ich warum ich sogar durchstehen wenn ich einfach so da durchgehen kann hier scheine ich noch nicht gewesen zu sein oder doch hier war ich doch schon mal ich wollte einfach mal den weg da bringt mich nicht so ein ding sehr aber wissen hat letzte ich sei mir wenn es hat nirgendwo die voller geime weg irgendwo ne also auch da bin ich wieder am anfang so alle wege führen hier raus alles klar dann wo ist die blöde truhe ja die blöde schatz es wäre letzte bauplan fragmente gibt es da jetzt wieder nicht technik bonus was ich könnte ja mal jetzt schon gerade hier aufrufen ich da nicht irgendwie im weg ja ich kann am wegpunkt in packen geil wenn ich mal eher dran denken sollen er da wäre gut gewesen das ganze da hinten irgendwo da hinten ist dann irgendwo versteckt gibt es da jetzt nicht nur ist der letzte checkpoint da muss aber auch der letzte kristall sein kommen oder hinten ich sehe da kommt letzte dinge tut mich schon wieder so austricksen und erst mal will ich das ja schießen glaube ich kaputt gedreht was ich werde gedreht lasst dich drehen was ich sehr schön ist auch ablenkungen reinpacken glaubt das janet da wo ist jetzt der letzte kristall muss ich jetzt echt wieder auf screen hier suchen naja ich habe alle von den dingern gefunden römische neunstig das war der letzte schon gefragt man hat einen mal ich habe da noch römisch gelesen letztens ja gut dann werde ich wohl diesen einen kristall auf screen suchen so wie es ausschaut geil 15 obwohl vielleicht kriegt ihn das später irgendwas anderes aber gehen erstmal zur weltkarte und speichern weil ich würde gerne erstmal das hier alles speichern und dann gucken wir mal ob wir dieses boss dingen da kaputt kriegen diese festung und dann und ас